Wenn ihr dieses Video seht, dann seid ihr schon mal auf dem richtigen Weg. Ich stelle mich mal kurz vor. Mein Name ist Katharina Lenert und ich bin ehemalige Profi-Tennisspielerin. Ich konnte schon viel Wissen und viel Erfahrung im Leistungssport sammeln. Denn im Leistungssport zählt Fitness, Ernährung, Motivation, Prävention, Regeneration und vor allem mentale Stärke eine wichtige Rolle. Und deshalb habe ich euch ein 6-wöchiges Trainingsprogramm vorbereitet, wo wir gemeinsam trainieren können. Falls ihr Fragen oder Motivation benötigt, könnt ihr mich gerne bei Facebook oder Instagram kontaktieren. Denn ich begleite euch, das 6-Wochen-Programm durchzustehen.